Jetzt die große Frage, was fällt in Ihrem Haushalt mehr an, Staub oder Krügel? Ich hoffe, es sind viele Krügel dabei, wenn das bedeutet, dass Sie gerne essen, dass Sie gerne kochen, gerne backen. Und wenn zumindest eins davon aus sich zutrifft, dann ist unser nächstes Thema, garantiert was für Sie. Kochen, Essen, Ernährung allgemein. Das Internet ist voll von Inhalten rund ums Essen, Einkaufen, Kochen, Zubereiten und so weiter. Kein Wunder, denn mit diesen Fragen setzen wir uns alle tagtäglich auseinander. Wie ernähren wir uns gesund und mit gutem Gewissen? Fleisch oder vegetarisch, bio, rund oder regional sind Fertigrissen in Ordnung, wenn es mal schneller gehen muss. Der ideale Begleiter für die gesunde und nachhaltige Ernährungsweise sind in jedem Fall die Geräte unserer neuen Premium Backofen Range der Serie 8. Und diese stellen wir der Welt auch erstmalig auf der IFA im September vor. Edelsteil-Bedienrings. Über diesen Bedienring, der fasziniert in die Glasblende eingeschwitzt ist, lassen sich sämtliche Gerätefunktionen intuitiv und digital ansteuern. Und mit Hilfe des großen TFT-Touch-Displays hat man dabei immer den optimalen Überblick, welche Funktion die gerade aktiv ist. Die Bedienung erfolgt durch Kippen und Wischen, wie man das vom Smartphone gewohnt ist. Die neuen Serie 8 Premium Backofen haben auch neue Funktionen. Zum einen das Dampfgarn mit bis zu 120 Grad und das Air-Tri- Heißluftfertieren. Lassen wir uns heute zunächst einen bisschen tieferen Blick auf das Heißluftfertieren richten. Diese fettlose oder fettarme Fertiermethode hat in den letzten Jahren für Aufmerksamkeit gesorgt, Allerdings kaufsächlich als individuelles, separates Kepäde, das man erstens zusätzlich anschaffen muss und das jetzt immer irgendwo rumsteht, wenn man es nicht dahin braucht. Das geht jetzt auch besser. Legen Sie einfach das vorbereitete Gemüse oder die Kartoffeln auf das spezielle Airfryer weg in den Ofen. Wählen Sie dann über den Bedienring die Heizart Airfryer und die entsprechende Temperatur und los geht's mit dem Heißflussfrittieren. So gelingen auch Speisen, die bisher nur mit viel Fett in der Zubereitung möglich waren. Und vielleicht gibt es jetzt doch auch immer wieder öfter Pommes und insbesondere die Kinder werden sich sicher darüber freuen. Egal welcher Ernährungsweise Sie folgen, unsere neuen Serial-Premium-Bankenhöfen lösen Alltagsprobleme.